Ja, natürlich bin ich bereit, du, hab ja doch schon die eine oder andere Tasse Kaffee intus heute Morgen, aber nicht nur das, sogar Albert Darboven habe ich getroffen, ja. So sieht's aus. So sieht's aus. Jeden Tag hier bei uns. Wer kann schon von sich behaupten, mal eine Tasse Kaffee mit Albert Darboven getrunken zu haben, ja. Nicht zu viele Menschen, aber tatsächlich, also es ist keine Ausnahme, dass Albert hier bei uns ist. Er ist eigentlich jeden Tag da, er ist auch einer der Ersten, der da ist morgens und mit 87 Jahren, montags bis freitags, ist er hier und er ist auch nicht nur hier irgendwie, um allen einmal Hallo zu sagen, sondern er hat seine ganz klaren Arbeitsprioritäten und Abläufe, dazu gehört beispielsweise jeden Morgen halb zehn gibt's ein großes Cupping, also eine professionelle Verkostung, wo die Röstungen des Vortages verkostet werden und das lässt er sich nicht nur nicht nehmen, sondern es ist für ihn absoluter Pflichttermin, das zu prüfen und zu gucken, ob mit den Röstungen, die am Vortag angefertigt wurden, alles in Ordnung ist und das ist für ihn, also ja, ich glaube auch ein Stück weit schon ein Lebenselixier, muss man ganz klar sagen. Also nicht nur der Kaffee selber, sondern diese Routine des Verkostens ist für ihn Lebenselixier. Das muss ich gerade sagen, ein Mann der Routinen und das hört man immer wieder, Routinen sind ja im Leben recht wichtig, um dann auch irgendwo hinzukommen. Absolut, absolut. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Morgens halb zehn, hier in Hamburg, fällt mir da gerade ein, da wird getestet, probiert, wie die Röstung vom Vortag schmeckt. Das heißt, es wird jeden Tag hier gerüstet, wir sind ja hier wirklich am Stammsitz, Stammhaus, das Unternehmen Starbogen. Richtig, genau. Und da sind Schwankungen von Tag zu Tag rauszuschmecken oder geht es einfach um so eine kontinuierliche Qualität einfach, die dadurch gesichert wird? Also sind zweierlei Sachen. Das muss natürlich bald wieder nachschenken. Ja, also das eine. Ich bin ja schon ganz gespannt, was du hier wieder aufgebrüht hast. Ja, gucken wir uns gleich an. Das eine ist natürlich einerseits klar, du darfst keine oder solltest keine Schwankungen haben aufgrund eines, sagen wir mal, inkonsistenten Röstprozesses. Das ist unsere Aufgabe als Röster, das sicherzustellen, dass wir immer konsistent rösten, dass wir es schaffen, das Geschmacksprofil eines Kaffees qua Röstung, so sage ich jetzt mal, gleichbleibend auf dem gleichen Level zu halten. Das ist natürlich das eine, was man testen muss. Das andere ist, die Firma Darboven ist ein Inverkehrbringer für Kaffee, Tee und Kakao, primär Kaffee. Darf man nicht vergessen, Kaffee, Tee und Kakao. Richtig, genau. Das ist auch, glaube ich, schon seit Anfang an, soweit ich das nachlesen konnte, 1866 ging es los, kam aber relativ schnell auch. Ja, also Tee und Kakao kam ein bisschen später dazu, aber ja, also Kaffee seit 1866, das war quasi auch der große Game Changer, weil damals hat man ja gar nicht Kaffee zu geröstet irgendwie gekauft, sondern man hat eigentlich den rohen Kaffee, also den ungerösteten Kaffee gekauft und hat den dann irgendwie zu Hause geröstet, was natürlich hier und da schon eine große Sauerei auch sein konnte, beziehungsweise die ganze Bude hat halt gerochen nach Kaffee. Und ja, also das kann schön riechen, das kann aber auch unschön riechen, wenn der Kaffee nicht richtig geröstet ist. Und ja, Johann Joachim Darboven, der Gründer des Unternehmens Darboven, der war derjenige, der mit als einer der Ersten in Deutschland einfach gesagt hat, ey, es wäre doch eigentlich sinnvoll, kommerziell Kaffee zu rösten und den gerösteten Kaffee zu verkaufen. Das hat mir Herr Darboven vorhin nämlich gesagt, ne? Ich glaube, da war der Gründer dann so der Erste wahrscheinlich, der den Kaffee dann geröstet und in Tüten abgefüllt hat und den sogar damals schon nach Hause geschickt hat. Also, muss ich vorstellen, im 19. Jahrhundert, ne? Absolut, also man könnte sagen, einer der Ersten, was wirklich ein Game Changer war, war dieser Service, den Kaffee sogar noch bis zur Haustür zu bringen. Also, dass man noch nicht mal mehr in den Laden gehen muss, um den gerösteten Kaffee zu kaufen. Und ja, tatsächlich, also da gehört Johann Joachim Darboven zu den Pionieren in dem Bereich. Und ja, damit ist die Firma Darboven durchgestartet und heute die sechsgrößte Rösterei Deutschlands. Also, man sagt auch immer, Darboven ist die kleine Rösterei unter den Großen. Also, es gibt so sechs große Röstereien, kennt man eigentlich auch. Was ich ja hochsympathisch finde, ist ein Familienunternehmen. Absolut. Das heißt, Darboven zieht sich durch als Name. Ich wurde heute Morgen schon so ein bisschen wie als Teil der Familie willkommen geheißen. Das freut mich, denn wir arbeiten jetzt auch über einen Hotel-Podcast enger zusammen in Zukunft. Da freue ich mich mega drauf. Ich hatte ja, um beim Begriff Familienunternehmen zu bleiben, sogar meinen Sohn Vincent heute mit dem Schlepptau. Dem habt ihr gleich noch, wie nennt es in Stuttgart, Babycino, Milchschaum gemacht. Ja, also, wirklich dafür erstmal noch an der Stelle. Herzlichen Dank für das Willkommen. Wir danken, dass du da bist, Ronald. Und ja, also, wir befinden uns hier… Ja, so ein Stuttgarter hier in Hamburg willkommen zu heißen. Ja, ist das… gehört das zur Tagesordnung oder wann fühlt sich mal so ein Schwabe hierher? Ach, das kommt schon öfter vor. Also, gerade hier in den Räumlichkeiten, wo wir jetzt sind, kommt es schon öfter vor. Wir befinden uns ja hier in der Akademie, Kaffeeakademie. Hier kann man alles Mögliche lernen zur Kaffeezubereitung. Kann man auch mal im Stuttgarter Schwabe noch Kaffee beibringen wahrscheinlich. Drumherum, alles, was mit Kaffee zu tun hat, kannst du hier lernen. Und tatsächlich haben wir Kunden eigentlich aus dem gesamten bundesdeutschen Raum, die hierher kommen nach Hamburg, nach Bilbrook, an unseren Hauptsitz, Stammsitz, wenn man so möchte. Und sich hier auch ausbilden lassen. Genau. Und da habt ihr, wenn man ja so sich mal umschaut, von der Kaffeemühle bis zur Kaffee… nennt man es noch Kaffeemaschine? Oder was ist so der richtige Ausdruck für… Espressomaschine ist ja eine Kaffeemaschine. Insofern passt das. Allerhand, allerhand zur Auswahl. Ausgezeichnet. Ja, wir werden ja so über die nächste Zeit, sage ich mal, immer wieder uns hier vor Mikrofon melden. Irgendwann werde ich mal auf vielleicht auch schnurlose, kabellose Mikrofons umschalten, damit wir so ein bisschen hier mehr Interaktion reinbringen können. Dann vielleicht schon beim nächsten gemeinsamen Auftritt, Joachim. Aber erzählen wir mal. Hier, wie gesagt, duftet mir schon die ganze Zeit die Nase. Ja. Wasser ist heute nicht so wichtig. Brauchen wir heute nicht. Stellen wir uns zur Seite, genau. Stellen wir uns zur Seite. Was haben wir jetzt hier? Also, pass auf. Was haben wir hier? Ich habe heute Morgen, es ist zugegebenermaßen eigentlich fast noch ein bisschen zu frisch, ich habe heute Morgen noch schnell einen Kaffee geröstet. Okay. Also gerade heute Morgen geröstet. Heute Morgen… Nicht mal vom Vortrag. Nein, nein, nicht mal vom Vortrag. Heute Morgen geröstet. Heute Morgen geröstet. 8.15 Uhr, das ist auch nicht unbedingt optimal, weil eigentlich Kaffee so ein bisschen ausgasen soll. Aber ich habe mir gedacht, dieser Kaffee ist ein schöner Aufhänger für unser heutiges Thema, worüber wir sprechen wollen. Bevor du den Kaffee trinkst, vielleicht einmal ganz kurz zur Einordnung oder zur Frage. Was ist für dich ein klassischer Kaffeegeschmack? Wie würdest du das beschreiben? Was ist ein klassischer Kaffeegeschmack für dich? Jetzt schläfst du mir die schwierigen Fragen. Na gut, ich denke, da hat jeder so seine persönlichen Präferenzen. Wenn ich so irgendwo in einen Kaffee gehe, dann wünsche ich mir immer einen Kaffee, der erstmal für mich persönlich nicht zu fruchtig schmeckt. Also, weiß ich nicht. Und da muss ich auch sagen, und deswegen freue ich mich jetzt auch über die Partnerschaft mit Daboren. Ich möchte mich ja weiter in das Thema reinfuchsen, weil ich glaube, da ist noch so viel mehr eben zu erkunden auf dem Gebiet, als dass man schon weiß, okay, das ist ein Kaffee von einer guten Rösterei. Der Kaffee ist unter Umständen auch, sag ich mal, biologisch und fair gehandelt. Und ich kann jetzt gerade, wie gesagt, ich bin zum Lernen hier in eurer Akademie. Alles da. Persönlich, jetzt hoffe ich, dass du mir keinen allzu fruchtigen hier eingeschenkt hast. Also, ich kann dich schon mal beunruhigen. Er muss gut riechen und gut schmecken. Er ist sehr fruchtig. Er ist sehr fruchtig. Ich bin jetzt gleich gespannt, wenn ihr das jetzt hier gleich seht. Ich bin sehr gespannt, wie dein Gesicht gleich entgleisen wird, wenn du diesen Kaffee probierst. Nein, aber mir geht es prinzipiell gar nicht jetzt gerade so sehr um den Geschmack dieses Kaffees, den wir verkosten, sondern es geht mir eher um die Story, die hinter dem Kaffee steckt. Also, wir haben hier die Kaffeebohnen. So sehen die aus. Ich weiß nicht, ob man sie in der Kamera sehen kann. So ansatzweise wahrscheinlich. Ich habe hier so einen kleinen Zettel dazu. Das ist ein Muster von einem Rohkaffeehändler. Also, das ist kein Kaffee aus unserem Portfolio oder so. Das ist von einem Rohkaffeehändler hier aus Hamburg ein Muster. Und jetzt siehst du hier schon auf der Seite, auf der Vorderseite dieser kleinen Karte drauf so ein paar kleine Beschreibungen. Also, da steht zum Beispiel das Land drauf, Kolumbien. Dann steht hier hinter El Rubí. Das ist die Farm. Und dann stehen hier noch Angaben. Da steht einmal Natural Anaerobic, was auch immer das bedeutet. Reden wir noch drüber. Und Pink Bourbon steht noch drauf. Und was ich eigentlich ganz schön gelungen finde, ich halte es mal in die Kamera und ich hoffe, man kann es noch ein bisschen sehen. Da sind so Farben drauf, Farbkleckse drauf. Und diese Farbkleckse sollen einerseits unterstreichen, in welche geschmackliche Richtung der Kaffee geht. Weil Schmecken ist ja ein rein assoziativer Aspekt. Also, das Entschlüsseln von Geschmäckern, von Aromen, das findet ja eigentlich in unserem Kopf statt. Das findet ganz eng verknüpft statt mit unserem Erinnerungsvermögen. Das heißt, wenn du etwas riechst oder schmeckst, kennt jeder, man hat irgendeinen Geruch in der Nase und man denkt automatisch an seine Kindheit. Oder man denkt an einen bestimmten Ort, wo man Urlaub gemacht hat und da habe ich diesen Geruch wahrgenommen. Also, so funktioniert ja Schmecken. Ich werde den Geruch auf jeden Fall nicht vergessen, als wir heute, mein Sohn und ich, aus dem Taxi ausgestiegen sind, heute Morgen hier an der Pforte angekommen. Da roch es so und auch besser, wenn man sich das vorgestellt hat. Ja, ja, ja. Das wird meine ewige Verbindung sein zu Darburg. Das ist schon mal ein sehr schöner Start. Und zu Hamburg, ja. Auf jeden Fall. Wir probieren mal diesen Kaffee. Ja, was war's? Und jetzt gucken wir mal, wie dein Gesicht gleich entgleist. Jetzt hast du so lange gequatscht, Joachim. Riechen. Herrlich. Ah, du hast ein Pokerface. Du hast schon ein Pokerface, ne? Der ist fruchtig. Der ist fruchtig. Der ist fruchtig. Aber auch schön süß. Für mich jetzt angenehm fruchtig, muss ich sagen. Das freut mich sehr schön. Geht schon gut los. Du öffnest für mich da irgendwie neue Welt, neue Türen in der Welt des Kaffees. Super, gut. Sehr schön, pass auf. Also, wir haben uns ja heute so ein bisschen als Thema rausgenommen. Ich werde nachher noch ein bisschen was zu dem Kaffee erzählen. Wir haben uns ja heute so ein bisschen rausgenommen als Thema. Also, ich hab's dir ja so per E-Mail geschrieben. Und es klingt natürlich erstmal wahnsinnig hochtragend, wenn man das sagt. Zukunftsfähigkeit von Kaffee. Du hast mich auch direkt um Ideen gefragt, aber ich hab da gar nicht geantwortet. Alles gut, alles gut. Ich hab, glaube ich, auch genug Ideen dazu. Also, Zukunftsfähigkeit von Kaffee und welche Implikationen hat das eigentlich für Hospitality, beziehungsweise für die ganze Gastronomie letzten Endes eigentlich, ne? Kaffee gibt's ja eigentlich in jedem Hotel, oder? Oder gibt's schon kaffeelose Hotels, wenn du sprichst von Zukunftsfähigkeit? Das ist eine sehr gute Frage. Gibt's vielleicht so Hotels zur Selbstkasteiung? Kann schon sein, da gibt's weder Kaffee noch Alkohol. Hab ich schon mal gehört? Ja, okay, ja gut, sowas gibt es natürlich so Detox-Hotels, ne? Keine Ahnung, in Finnland irgendwo, Digital Detox, da gibt's bestimmt auch keinen Kaffee. Aber lass mal die ausklammern, ja? Genau, genau, aber sagen wir mal so, also es ist ja für uns völlig klar, ne? Also Kaffee ist das meistkonsumierte Getränk in Deutschland, reden wir jetzt mal nur über Deutschland, ist das meistkonsumierte Getränk. Über alle Getränke hinweg? Über alle Getränke hinweg. Und zwar mit Abstand, also jeder Deutsche trinkt im Schnitt 169 Liter Kaffee pro Jahr. Das ist ordentlich, ne? Das ist ordentlich, also umgerechnet vier Tassen Kaffee am Tag, so. Und in dieser Statistik sind ja im Übrigen auch die mit einbegriffen, die gar keinen Kaffee trinken. Die gibt's natürlich auch und das ist auch vollkommen fein. Das heißt aber natürlich, dass andere Leute den Schnitt entsprechend hochziehen durch ihren Kaffeekonsum. Also das ist Wahnsinn. Und für uns alle, du hast vorhin das Thema Routinen angesprochen, Kaffee ist für uns alle. Irgendwo ja ein Stück Routine, ne? Also für die Kaffeetrinker. Also ist für mich genau das Gleiche. Das Erste, was ich morgens mache, ist, ich schalte den Wasserkocher an und brühe mir zu Hause einen Kaffee auf. Ich habe gerade überlegt, du schaltest den Wasserkocher an. Dann rührst du Kaffee her dann oder wie? Nö, im Handfilter. Also genau so, wie wir den Kaffee jetzt hier auch gerade zubereitet haben. Ich halte das gerne simpel. Also ich habe ausschließlich eine Kaffee her zu Hause. Ist ja auch recht simpel. Aber da musst du natürlich noch weniger putzen, ne? Absolut. Filter oben rein und dann durchlaufen lassen. Filter immer frisch gemahlen. Das ist für mich ganz wichtig. Also wer zu Hause guten Kaffee trinken möchte, auf jeden Fall eine Mühle als allererstes anschaffen. Weil Kaffee ist ein Arrobie-Produkt. Das ist wichtig. Auf jeden Fall, wir wollen über das Thema Zukunftsfähigkeit von Kaffee reden. Und welche Implikationen hat das eigentlich für die Gastronomie? Und für mich eigentlich so der Aufhänger schlechthin ist. Jetzt fangen wir vielleicht mal damit an, dass wir uns den Ursprung so ein bisschen angucken. Kaffee-Ursprung. Wenn du vor 20 Jahren ein Kaffee-Farmer warst, dann hat man ungefähr gerechnet. Jetzt mal rein betriebswirtschaftlich gesehen. Als Kaffee-Farmer investierst du ungefähr einen Dollar deines Geldes, um einen Pfund Rohkaffee zu produzieren. Das war vor 20 Jahren die Kalkulation. Das heißt, du musstest dafür sorgen, dass wenn du einen Dollar rein investierst, dass du den Kaffee pro Pfund für mehr als einen Dollar verkaufst am Weltmarkt. Oder wie auch immer du ihn am Ende des Tages verkaufst. Ob du ihn direkt an der Rösterei verkaufst oder wie auch immer das Ganze läuft. Das war vor 20 Jahren der Fall. Es gibt die ICO, die International Coffee Organization. Das ist der größte Kaffee-Verband der Welt. Letzten Endes auch den gesamten Kaffee-Handel standardisiert. Und, naja, reguliert nicht, aber dafür sorgt, dass es ein einheitliches Regelwerk gibt für den ganzen Kaffee-Handel. Und die machen natürlich auch Erhebungen. Und die haben herausgefunden, dass in den letzten 20 Jahren die Produktionskosten für Kaffee um 100 Prozent gestiegen sind. Das ist natürlich ein Problem. Weil, wenn du jetzt zwei Dollar ausgibst pro Pfund Rohkaffee, das du produzierst, und du verkaufst den Kaffee aber nur für 1,75 Dollar, dann machst du mit jedem Pfund, was du verkaufst, Verlust. Dann ist das nicht nachhaltig. Das ist wirtschaftlich nicht nachhaltig. Und das führt tatsächlich dazu, dass sich natürlich auch immer mehr Farmer die ganz existenzielle Frage stellen, ist es nicht vielleicht klüger, statt Kaffee Avocados anzubauen. Und in diesem Sinne muss man sich natürlich erst mal fragen, woher kommt diese extreme Produktionskostenexplosion? Also die kommt nicht daher, dass das Workforce teurer geworden ist oder dass die Sparten, mit denen man die Erde umgräbt, teurer geworden sind, sondern Kaffee ist einfach betreuungsintensiver geworden. Die Kaffeepflanze als solche ist betreuungsintensiver geworden. Und der Treiber dahinter ist eindeutig natürlich der Klimawandel. Da müssen wir nicht drüber reden. Und der Klimawandel ist für uns in Deutschland natürlich schon irgendwo auch greifbar. Er ist aber im Ursprung, wenn man sich das genau betrachtet, noch viel stärker, viel deutlicher greifbar. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. In Panama gibt es ein Wetterphänomen, dort wo Kaffee wächst. Und zwar das Wetterphänomen Chipi-Chipi. Klingt witzig. Ist super, super praktisch gewesen für die Kaffeefarmer dort. Chipi-Chipi ist eine Art Nebel, der entsteht immer mittags in der Region Bokete. Das ist so die Hauptanbauregion für Kaffee in Panama. Und dieser Nebel sorgt einfach für eine hohe Luftfeuchtigkeit. Und diese hohe Luftfeuchtigkeit, die wird von den Kaffeepflanzen über die Blätter absorbiert. Und dadurch kriegen die Pflanzen viel Wasserzufuhr, auch in der Trockenzeit. Das ist super praktisch für die Kaffeepflanze. Die Kaffeekirschen gehen dabei nicht kaputt, weil wenn du richtig krassen Regenfall hast, du hast Regentropfen und die knallen auf diese Kaffeekirschen drauf, dann kann es passieren, dass die Kaffeekirschen platzen. Das ist immer nicht so schön. Aber dieser Chipi-Chipi ist super. Ist ein Phänomen, das gibt es seit Jahrhunderten. Über dieses Wetterphänomen gibt es Gedichte, es gibt Bilder, es gibt Lieder. Also so in dieser indigenen Bevölkerung ist dieser Chipi-Chipi ein wahrer Segen. Ist ein wahrer Segen. Und seit 20 Jahren gibt es ihn nicht mehr. Und es ist kein Zufall. Solche Phänomene haben wir in vielen, vielen Ländern, in Kaffeeanbauländern. Also in Brasilien haben wir mittlerweile das Phänomen, dass die Wetterextreme immer krasser werden. Also wenn eine Trockenheit kommt, dann ist die Trockenheit super lang und super intensiv. Wenn Regen fällt, dann fällt auf einmal wahnsinnig viel Regen und extrem lang. Und diese Peaks, die wir da haben, die sorgen natürlich dafür, dass der Kaffeeanbau schwieriger wird. Mit dem Ergebnis, dass ich als Kaffeefarmer deutlich mehr Arbeit rein investieren muss, damit ich überhaupt Kaffee produzieren kann. Und diese gesteigerten Produktionskosten, die führen langfristig halt einfach dazu, dass jeder Farmer sich überlegen muss, wie kann ich meinen Kaffee handeln, damit ich überhaupt diese Produktionskosten abdecken kann. Da gibt es jetzt natürlich verschiedene Varianten, verschiedene Wege, die man gehen kann. Also du kannst beispielsweise über Zertifizierung gehen. Also Thema Fairtrade Bio ist zum Beispiel bei uns in der Rösterei ein riesengroßes Thema. Damit haben wir schon vor 20 Jahren, ziemlich genau vor 20 Jahren angefangen. Haben auch in Deutschland die bekannteste Bio-Fairtrade-Kaffeemarke überhaupt. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist zu sagen, hey, ich gehe über den Direktkontakt. Ich verkaufe meinen Kaffee nicht über den Weltmarkt, sondern ich versuche ihn direkt an eine Rösterei zu verkaufen. Das impliziert aber auch, dass die Qualität des Kaffees schon etwas höher sein sollte als, sagen wir mal so, der reguläre Standard. Also man kann es auch miteinander kombinieren. Ich kann auch Zertifizierung, also Nachhaltigkeitszertifikate auf der einen Seite mit Qualität auf der anderen Seite kombinieren. Das ist natürlich auch ein schöner Weg. Also da gibt es verschiedene Wege, damit ein Farmer trotz der gestiegenen Produktionskosten erstmal profitabel arbeiten kann. Und ich bin auch einer der Letzten, der sagen würde, dass der Klimawandel dazu führt, dass wir irgendwann gar keinen Kaffee mehr trinken, weil es keinen Kaffee mehr geben wird. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass sich da einfach nur der Fokus ein wenig verschiebt. Und zwar hin zu nachhaltigen Produkten und hin zu qualitativen Produkten. Das heißt aber für uns, und jetzt reden wir mal nicht über uns als Farmer, sondern über uns als Konsumenten, vielleicht auch über uns als Gastronomen, dass die Wertmäßigkeit von Kaffee sich verändern wird. Wir werden in 15, 20 Jahren deutlich mehr Geld für Kaffee ausgeben, als wir das heute tun. Ganz egal, ob wir jetzt in den Lebensmitteleinzelhandel gehen und Kaffee kaufen oder ob wir in die Bäckerei oder ins Hotel gehen und dort einen Kaffee bestellen und trinken. Wir werden deutlich mehr Geld für Kaffee ausgeben, weil der Kaffee einfach teurer wird. Das ist für uns als Rösterei auch keine schöne Info. Unsere Vertriebler stöhnen eh schon immer, wenn sie zu den Kunden gehen müssen und sagen müssen, hey, leider ist der Markt so, dass wir die Preise erhöhen müssen, weil sonst arbeiten wir nicht mehr profitabel als Rösterei und auch wir müssen ja von irgendwas leben. Aber das ist einfach die Wahrheit. Die Wertmäßigkeit von Kaffee, die wird sich verändern. Und als Gastronom müssen wir darauf reagieren. Das meiste, was wir sehen in der Gastronomie, ist natürlich nach wie vor, dass viel mit Vollautomaten gearbeitet wird. Es wird mit irgendwelchen Marken gearbeitet, Kaffeemarken gearbeitet. Da steht irgendein Name auf der Verpackung und das Ganze kommt da irgendwie rein und dann wird auf den Knopf gedrückt. Genau, Knopf gedrückt, dann wird die Tasse drunter gestellt. Aber so kommen ja auch die 189 Liter zusammen wahrscheinlich. 169, ja vielleicht. Natürlich, natürlich, klar. Also auf der einen Seite könnte man das so sehen. Nur einen Knopfdruck entfernt. Genau, Kaffee ist nur einen Knopfdruck entfernt. Aber die Frage ist ja, wie viel Wertmäßigkeit drücke ich durch diesen einen Knopfdruck aus? Ich will jetzt keinen Vollautomaten-Bashing oder irgendwie sowas in der Art betreiben. Du kannst aus einem Vollautomaten richtig guten Kaffee machen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber für den Kunden wirkt es natürlich weniger wertmäßig, wenn du einfach nur in einem Restaurant stehst, bestellst einen Espresso und irgendjemand drückt auf den Knopf, stellt dir das Ding hin und sagt, hier 2,50 Euro bitte. Also es wirkt anders, wenn ich den Kaffee frisch mahle, wenn ich den Kaffee tempe. Ich überlege auch gerade. Ich meine, es gibt wenig andere Produkte, wo man so ein bisschen auch einen Show-Effekt mit erzeugen kann, wie so eine von diesen gigantischen Maschinen, die hier so um uns rumstehen. Also mit einer Apfelsaftschorle wird es schwer. Ja, genau. Vielleicht noch beim Öffnen von einer schönen Flasche Wein, aber die muss auch erstmal bestellt werden. Kaffee ist ja am Ende doch ein Produkt, was öfters und breiter in der Masse bestellt wird, als jetzt eine Flasche Wein. Ja, absolut. Fällt mir gut. Also, was ist die Implikation für einen Gastronomen? Wirklich ganz gut hier sein fruchtiger Kaffee. Das freut mich sehr. Wir lösen noch auf, was das ist. Also, was ist die Implikation für einen Gastronomen? Die Implikation für einen Gastronomen ist am Ende zu sagen, okay, gut, aufgrund des Klimawandels, aufgrund der Tatsache, dass Kaffee im Ursprung immer teurer wird, dadurch auch im Einkauf immer teurer wird, dadurch auch für den Endkonsumenten am Ende des Tages immer teurer wird, muss ich dafür sorgen, dass ich den Kaffee zelebriere in der Zubereitung. Und das geht nur, indem ich, und da mache ich jetzt mal ganz offen Werbung, indem ich meine Mitarbeiter ausbilde in der Hinsicht, wie bereite ich richtig Kaffee zu, wie gehe ich mit Kaffee richtig um, wie stelle ich eine Mühle ein und, 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 und. Das ist verdammt wichtig und das ist eigentlich grundsätzliches Handwerkszeug. Jetzt können wir die Frage, ist es kompliziert oder ist es ein Handwerk, was jeder lernen kann? Nein, das ist ein Handwerk, was jeder lernen kann, weil es komplett methodisch ist. Alles, was du hinsichtlich der Kaffeezubereitung können musst, ist methodisch erlernbar. Also, für mich zum Beispiel Klassiker. Häufig habe ich Leute hier, die noch nie an einer Siebträgermaschine standen. Oder die das vielleicht sogar schon ein Jahr machen, aber es halt nie irgendwie methodisch gelernt haben. Und dann sagen die immer so, ja, also was absolut nicht klappt, ist Milchschäumen. Und ich probiere das jetzt schon seit zwölf Monaten und ich kriege es einfach nicht hin. Mal ist es zu heiß, mal ist es zu kalt, mal ist es zu spröde, mal ist es zu flüssig. Ich habe absolut keine Konsistenz in der ganzen Geschichte drin. Und dann sage ich denen immer, okay, wenn du es methodisch lernen möchtest, dann hast du es nach zehn Minuten gelernt und zwar für immer. Dann schütteln die den Kopf und sagen, das glaube ich denen nicht und dann machen wir das. Und dann wundern sie sich, dass sie es nach zehn Minuten können. Also alles, was du hinsichtlich der Kaffeezubereitung können solltest, können musst, ist methodisch erlernbar. Natürlich spielen immer auch solche Faktoren mit rein, wie ambitioniert oder motiviert bist du, dich auch weiterzubilden. Das ist völlig klar. Wenn ich jetzt aber an die Hospitality denke, eines der großen Probleme, die wir momentan in den jetzigen Tagen haben, ist das Thema Personalmangel. Wir haben das Problem, dass wir nicht genug Leute finden. Vor allem haben wir das Problem, dass viele Gastronomen es nicht schaffen, ihren Mitarbeitern langfristig Perspektiven aufzuzeigen, die den Mitarbeitern sagen, hey, es ist cool, dass du da bist und bleib dran an dem ganzen Thema. Und auch so eine Kaffeeschulung. Oder da gibt es einfach noch so viel zum Erlernen. Ja, also es ist ein absolutes Incentive, in diesen Bereich zu investieren, auch um seine Mitarbeiter zu halten. Ja, also in einem Bereich einfach schon mal im Hotel, in der Gastronomie der Beste zu sein oder der Ansprechpartner zu sein. Absolut. Der das hauptsächlich das Know-how einfach bündelt. Absolut. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter innerhalb dieser, ich nenne es mal, Zelebrierung von Kaffee. Wir haben über Klimawandel gesprochen. Es gibt noch einen anderen Faktor, der für mich als Innovationsmanager im Haus Dabowen auch wichtig ist. Nämlich das Thema Generation Z-Kompatibilität bei Kaffee. Generation Z-Kompatibilität, was meine ich damit? Ich meine damit letzten Endes die Fragestellung für uns als Rösterei. Was müssen wir heute tun, damit wir in 15 Jahren Kaffeeprodukte auf dem Markt haben, die für die dann in der Mehrheit, in der Gesellschaft befindliche Generation Z in irgendeiner Form relevant sind? Also, wie schaffen wir Marktrelevanz für die Generation Z? Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt bei der Generation Z ist, dass man sich einfach klar macht, dass die eine ganz andere Wertematrix haben, mit der sie aufgewachsen sind als vorangegangene Generationen. Generationen. Also für mich so der Klassiker ist zum Beispiel, wenn ich an meine Eltern denke, ich will es meine Eltern nicht schlecht machen, aber wenn du früher diesen Handzettel vom Supermarkt im Briefkasten hattest, dann haben meine Eltern den durchgeblickt. Und dann haben sie natürlich geguckt und gesehen, ah, da, Kaffee im Sonderangebot, ja, da kaufen wir gleich mal zwölf Packungen, ne? Das ist so der Klassiker gewesen, Hauptsache günstig. Und die Generation Z, die tickt in der Hinsicht ganz, ganz, ganz anders. Die ist viel, viel umsichtiger unterwegs und möchte viel mehr dahin gehen zu sagen, hey, wenn ich Kaffee trinke, dann muss es ein Produkt sein, von dem jeder leben kann, ja, mit dem jeder zurechtkommt. Das kannst du so allgemein verbindlich sagen. Das kann man allgemein, ja, natürlich, klar. Also Thema Veganismus, ne? Das ist ja genau das Gleiche. Das ist ein Trend, der aus der Generation überschwappt. Ja, absolut, absolut. Aber ganz ehrlich, vor 15 Jahren, wenn du Veganer warst, da wurdest du ja schief angeguckt, da warst du absoluter Exot. Ich weiß ja, wir haben ein ähnliches Baujahr, glaube ich, aber auch in der Welt bin ich groß geworden, ne? Richtig, genau. Und heutzutage, wenn du heutzutage Veganer bist, dann setzt du damit auch ein Statement. Du machst es ja auch nicht nur, weil du sagst, ach Mensch, die armen Tiere oder so. Sondern du machst es ja auch deswegen, weil du sagst, ich verzichte auf den Konsum von tierischen Produkten, weil ich weiß, dass die Klimabilanz in der Produktion keine gute ist, ne? Also da ist viel mehr Umsichtigkeit da. Und das ist auch beim Thema Kaffee so. Eigentlich auch weniger Diskussionsbedarf, ne? Weil es wird einfach immer klarer, nachvollziehbarer, logischer und so weiter. Absolut. Früher musstest du beantworten. Ich finde es herrlich, weil man schaut hier aufs Betriebsgelände bei euch und da fahren die LKWs hier rein und raus. Ja, da hinten geht gerade ein Rohkaffee-Truck raus, richtig. Also auf jeden Fall ist es so, heutzutage musst du nicht mehr begründen, warum du etwas machst, warum du ein Statement setzt mit dem Konsum, wie du ihn betreibst. Und was bedeutet das jetzt in Bezug auf Kaffee? Was bedeutet Generation Z-Kompatibilität in Bezug auf Kaffee? Ganz einfach. Es geht nicht nur darum, dass du irgendeine Marke trinkst, dass du irgendeinen Claim auf der Verpackung hast, sondern es geht mittlerweile darum, dass du eine Geschichte hast, die hinter dem Kaffee steckt. Und jetzt sind wir bei dem Kaffee, den wir hier gerade trinken. Also, was wissen wir schon mal? Der Kaffee kommt aus Kolumbien. Die Farm heißt El Ruby. Ich bin so frei. Ja, bitte, gieß nach, gieß nach. Die Farm heißt El Ruby und es ist ein natural, anaerob fermentierter Kaffee. Das ist schon was sehr, sehr, sehr Spezielles. Es ist ein Microlot-Kaffee. Also von dem Kaffee gibt es nicht wahnsinnig viel Rohkaffee. Das ist wirklich super, super, super klein. Der wird auch in 35 Kilo Säcken wird der verkauft und lass es vielleicht mal von dem Kaffee 20 Sack geben. Was hat so ein normaler Kaffeesack? Ein normaler Kaffeesack wird mit 60 Kilo angegeben. Und meistens ist es auch so, dass wenn du ein Lot produzierst, also kommt drauf an, aber dann reden wir in der Regel so über 50 bis 5000 Sack Kaffee. So in der Größenordnung. Und wenn du jetzt hier ein Lot hast, von dem es gerade mal 20 mal 35 Kilo gibt, oder so, dann weißt du schon, okay, das ist super klein, das ist sehr speziell. Und jetzt kommen wir zu der Thematik Generation Z-Kompatibilität. Kaffee ist ein Storyteller oder kann ein Storyteller sein. Und die Generation Z, die besteht darauf, dass es ein heißt. Und das ist eigentlich gar nicht so abwegig, weil wir kennen das alle von der Weinkarte. Wenn du im Restaurant sitzt und du blätterst durch die Weinkarte, dann findest du haufenweise Angaben zu dem Wein, den du bestellen möchtest. Bis hin zum Namen des Winzers. Und hier auf der Rückseite von der Karte sind so ein paar kleine Informationen drauf. Und ich habe mir gedacht, ich lese mal einen kleinen Ausschnitt aus dieser Beschreibung des Kaffees vor. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen lame für so einen Podcast einfach was vorzulesen, aber ich mache es trotzdem mal. Damit wir einfach mal hören und sehen, wie Storytelling bei Kaffee aussieht. Also pass auf, ich mache mal die Augen zu und höre dazu. Okay, ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Weil du wirst Kopfkino haben. Halt die Nase. Du wirst Kopfkino haben, du wirst Kopfkino haben. Ich wette es. Also, die Farm heißt El Ruby, was so viel heißt wie der Edelstein. El Ruby was a wedding present from the owner, Heiner Lazo. He decided his love was so big that one Ruby could not express it all. So, he gave his future wife thousands of Rubies. All these coffee Rubies, also die Rubies in Kaffeepflanzen, helped the couple to move forward. And until today, they raised three beautiful daughters. This coffee, based on the Papayo variety, also das ist eine Rebsorte der Arabica Pflanze, wenn man so möchte, is only rarely found outside the Huila Department of Columbia. The trees are very strong and very productive, also very resistant when it comes to royal sickness. Das ist ein Blattpilzbefall. This is very special. And this variety was named after the shape and smell of the cherries, which are looking like little Papayas. Also, das ist jetzt eine schöne Geschichte. Das ist eine schöne Geschichte. Und jetzt frage ich dich und jetzt antworte ganz ehrlich, steht in dieser Beschreibung irgendeine Information drin, die relevant ist für den Geschmack dieses Kaffees? Meine Antwort ist nein. Nein. Ich habe mich natürlich gleich gefragt, Marketing, vielleicht auch Marketing-Sprech. Auf der anderen Seite habe ich dann auch gleich gedacht, okay, aber mir scheint ja diese Generation jetzt so kritisch zu sein, dass man sich als Marke gar nicht, überhaupt das gar nicht erlauben kann, da irgendeinen Mist drauf zu schreiben, weil dann bist du spätestens übermorgen wieder weg. Absolut. Nein, du kannst davon ausgehen, jeder Einzelne der Information, die da steht. Aber ja, sagt erstmal nichts zum Produkt. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es ist eigentlich eine Aneinanderreihung von total irrelevanten, für den Konsumenten irrelevanten Informationen. Ich habe ja früher mal eine Schokoladenmarke gehabt und aufgebaut auf der Geschichte meines Urgroßvaters. Der war der königliche Hoflieferant von Württemberg für Schokolade. Wow, geil. So ein bisschen, da ging es los. Aber dann folgte natürlich auch ein exzellentes Produkt im nächsten Schritt. Schön, schön. Aber jetzt zurück zu diesem Produkt. In dieser Story steckt keinerlei Relevanz drin für den Konsumenten. Der Konsument weiß nicht, was Varietäten sind. Und er kann nicht viel anfangen mit dem Begriff Roya Sickness. Also er müsste jetzt nachgucken, was ist Roya? Blattrost würde er dann vielleicht finden im Deutschen. Dann würde er googeln und dann irgendwann was finden zum Blattrost. Das ist eine der größten Kaffeekrankheiten, die die Kaffeepflanze überhaupt kennt. Und die ist weltweit vertreten. Und auch das zum Beispiel ist ein Thema klimawandeltechnisch. Dieser Blattrost ist mittlerweile in Höhenlagen zu finden, wo er früher nie zu finden war. Der hat auch mutiert und sich angepasst an die klimatischen Bedingungen. Da wollte ich auch noch mal einwerfen. Ich meine, hier so aus der deutschen Brille, man hört ja immer wieder Klimawandel, aber die Konsequenzen, die trifft man ja jetzt gerade noch so erstmal in ferneren Gegenden an. Absolut, absolut. Das war für mich jetzt, naja, muss ich auch ehrlich zugeben, mal wieder ein Beispiel, was halt irgendwo näher ranrückt. Ja, chibi, chibi. Chibi, chibi. Um es sonst so keinen Bezug zu hat. Ja, absolut. Wenn jetzt mal der Sommer erstmal ein bisschen wärmer wird, nimmt man es vielleicht gerade in Hamburg gerne mal auch hin. Ja, absolut, absolut, klar. Also wir können darüber noch irgendwie lachen. Wobei auf der anderen Seite, wenn ich so überlege, also Flutkatastrophe im Ahrtal, die Leute, die leiden heute noch darunter. Und auch das, also klar, es gab auch früher schon Überschwemmungen und Fluten, aber solche Sachen häufen sich ja. Ja, wenn ich jetzt daran denke, in Spanien sind 40 Grad gerade. Also das ist Wahnsinn. Also es wird uns auch früher oder später treffen. Aber wichtig zu verstehen ist, und das ist Generation Z-Kompatibilität, in anderen Regionen ist es heute schon alles da. Und diese Umsichtigkeit, die ist bei der Generation Z da. Und diese ganzen Informationen, die jetzt hier draufstehen, die ich gerade vorgelesen habe, die sind auf den ersten Blick vielleicht total irrelevant für den Geschmack des Kaffees, aber sie emotionalisieren. Sie sorgen dafür, dass ich eine Rückverfolgbarkeit, naja, mir im Kopf auch konstruieren kann. Ich weiß, wie der Pharma heißt. Naja, genau. Ich höre einfach nur, aha, das sind irgendwelche Arabica-Varietäten, selbst wenn ich damit nichts anfangen kann, was das jetzt genau für eine Arabica-Varietät ist. Allein die Tatsache, dass ich schon weiß, was es für eine Rebsorte ist, was es für eine Varietät ist, allein das sorgt ja schon dafür, dass ich eine Vertrauensbasis zu diesem Produkt aufbaue. Und wenn ich das jetzt noch ein bisschen weiterspinne und zum Beispiel als Barista im Café oder im Restaurant dem Kunden noch erzählen kann, was zum Beispiel ein Natural Anaerobic ist, also ein natürlich aufbereiteter, anaerob fermentierter Kaffee, also Kaffeekirsche gepflückt, unter anaeroben Bedingungen, also unter Sauerstoffausschluss fermentiert, dann kriege ich gleich noch eine Info dazu, die mich nochmal zusätzlich emotionalisiert für dieses Produkt. Und diese Emotionalisierung von Produkten, das ist ein ganz wichtiges Kennzeichen für Generation Z-Kompatibilität. Und Emotionalisierung für die Generation Z funktioniert eben nicht mehr, indem wir einfach sagen, hey, der Milde, der Aromatische, der Balancierte oder irgendwas in der Richtung, sondern das funktioniert nur mit ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Also ich muss mir ganz klar auf die Verpackung draufschreiben, was habe ich da eigentlich drin? Woher kommt der Kaffee? Was ist es für eine Varietät? Wie ist er aufbereitet? Wie heißt der Farmer? Ja, ist zwar völlig egal, wie der Farmer heißt. Das ist bei Wein ja auch völlig egal. Und trotzdem macht es ja was mit uns, wenn wir die Weinkarte lesen und sehen, ah, das Weingut heißt so und so und der Winzer heißt so und so. Das macht sofort was aus. Und bei Wein ist es ja genauso. Der normal Weintrinker weiß doch nicht, was ein Cabernet Sauvignon ist. Ja, der macht sich doch keine Gedanken über die Rebsorte. Oder bei einem Riesling, wie wächst so eine Rebsorte eigentlich? Macht er sich gar keine Gedanken? Und trotzdem ist es so, dass wir alle unsere Entscheidungen, welchen Wein wir trinken, auf Basis solcher Informationen fällen. Also ich bin Grauburgunder-Trinker. Einfach weil ich finde halt, Grauburgunder schmecken mir persönlich am besten. Vielleicht bin ich auch total langweilig und du wirst mir jetzt gleich sagen, ey Joachim, probier bitte mal was anderes. Bei uns gibt es ja nur Trollinger und so. Aber, ne, also das macht was mit uns. Also man trifft eine Kaufentscheidung aufgrund einer an sich völlig irrelevanten Information, die aber aufgrund der Tatsache, dass ich diese Information geben kann, hochrelevant ist. Ja, ja. Und für die Generation Z enorm wichtig ist dadurch. Genau. Ja. Irgendwelche Fragen? Du, du, Fragen. Ich glaube, die kommen jetzt mit der Zeit. Ich werde mich jetzt ein bisschen mehr mit dem Kaffee beschäftigen und mit Daboben. Aber generell mit der Welt des Kaffees. Und dann würde ich sagen, dass wir im Sommer einfach weitermachen. Sehr schön. Vielleicht hast du da noch ein bisschen sommerlichen. Wir machen mal ein Cold Brew. Genau. Also kündigen wir heute hiermit an. Cold Brew. Cold Brew, ja. Heute hast du mich schon hin zum fruchtigen Kaffee überzeugen können. Beim Cold Brew verhält sich es eigentlich ähnlich. Schaffen wir. War ich bislang auch eher auf Distanz, aber ich freue mich schon drauf, du. Ich freue mich auch sehr drauf. Lass mal den Sommer kommen, den richtigen. Hier in Hamburg. Und dann bin ich im Sommer wieder da. Nirgendwo strahlt der Himmel so schön grau wie über Hamburg. Siehste. Joachim. Ronald, ich danke dir vielmals. Ich freue mich sehr, dass wir an Bord sind. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Das machen wir. Hier vor der Kamera. Joachim Kühne. Herzlichen Dank. Und lieben Dank nochmal an Daboben. Merci. Ciao. Ciao.